Kurz nach 6 Uhr, als die Polizei mit einem riesigen Aufgebot hier steht, anklopft, einlassbegehrt und es zu dieser ikonischen Situation des Überrumpelten mit dem Bademantel kommt. Keine 30 Minuten später, 6.30 Uhr, publiziert die Welt bereits einen Artikel mit über 1000 Worten und jemand, der schon mal selber geschrieben hat. Ich kann euch sagen, ein sachlich fundierter Artikel mit 1000 Worten innerhalb dieser Zeit nicht nur zu texten, sondern ihn zu schreiben, ihn zu korrigieren, zu publizieren, also rein technisch auf den Plattformen zur Verfügung zu stellen, ist nicht möglich. Was heißt das? Große Teile des Artikels müssen vorher geschrieben worden sein. Man wartet nur, bis die Fotos kommen. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über die sich überschlagenden Ereignisse rund um das Verbot des Magazins Kompakt, die Razzien, die Frage, ist es rechtswidrig gewesen, was ist da eigentlich passiert und vieles andere. Das heutige Verbot untersagt jede Fortführung der bisherigen Tätigkeiten, Verstöße, dagegen sind Straftaten. Soweit das mächtige Wort unserer Bundesinnenministerin geäußert auf der Seite des Bundesinnenministeriums. Hier gibt man sich sehr selbstsicher und spricht von Fakten, die man geschaffen hat. Also Fakt ist, es hat eine Razzia stattgefunden. Fakt ist aber auch, dass es im Zuge dieser Razzia schon zu Verstößen gekommen ist, die ebenfalls sehr kritisch zu betrachten sind. Es waren vor Ort bereits Pressevertreter und Fotografen vorhanden, als es zu der Razzia kam. Die waren in Position und haben Fotos gemacht, die auch dann Verwendung gefunden haben und eine flächenmäßige Verbreitung. Wir erinnern uns an die Bilder, die legendären Bilder im Bademantel oder auch das legendäre Klingelschild auf dem Briefkasten. Das heißt, hier wurde vom Framing her eine Briefkastenfirma symbolisiert und die Verächtlichungmachung des Betreibers einer Person im Morgenmantel hat in die Inszenierung sehr gut gepasst. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist die der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Denn wie konnte die Presse davon Wind bekommen, dass hier eine geheime Razzia oder mehrere Razzien geplant und durchgeführt wurden und konnten rechtzeitig vor Ort sein? Und es geht nicht nur darum, dass das vielleicht Zufall war, beziehungsweise, dass das unter Umständen Fotos waren, die von Polizeifotografen gemacht wurden und die dann zur Verfügung gestellt wurden. Denn es gibt hier ein Problem, was weitaus greifender ist. Es gibt hier eine Klitzekleinigkeit, die man nicht vergessen darf. In Deutschland dürfen im Sommer Razzien nur in einem gewissen Zeitfenster durchgeführt werden, nämlich zwischen 4 Uhr morgens und 21 Uhr abends. Was heißt das? Nun, das heißt, nach Lage der Dinge und Auskunft der Fotografen wurden diese Fotos kurz nach 6 Uhr gemacht. Wir schreiben also den gestrigen Tag, kurz nach 6 Uhr, als die Polizei mit einem riesigen Aufgebot hier steht, anklopft, einlassbegehrt und es zu dieser ikonischen Situation des Überrumpelten mit dem Bademantel kommt. Keine 30 Minuten später, 6.30 Uhr, keine 30 Minuten später publiziert die Welt bereits einen Artikel mit über 1000 Worten und jemand, der schon mal selber geschrieben hat. Ich kann euch sagen, ein sachlich fundierter Artikel mit 1000 Worten innerhalb dieser Zeit nicht nur zu texten, sondern ihn zu schreiben, ihn zu korrigieren, zu publizieren, also rein technisch auf den Plattformen zur Verfügung zu stellen, ist nicht möglich. Was heißt das? Große Teile des Artikels müssen vorher geschrieben worden sein. Man wartet nur, bis die Fotos kommen. Das könnt ihr euch so vorstellen wie bei einem Fußballspiel. Ein Fußballspiel endet, sagen wir mal, um 18 Uhr und schon um 18.05 Uhr gibt es die ersten Artikel. Warum? Weil während das Fußballspiel gelaufen ist, wurde hier schon eifrig geschrieben, beziehungsweise man hat auch schon einige Ereignisse vorgeschrieben, die einfach dann übernommen werden als Textbausteine, je nachdem, wie die Ereignisse sich vor Ort ergeben. Wenn es aber um die allgemeine Abfolge der Razzia geht, wie viele Leute im Einsatz waren, wo geschaut wurde, wonach geschaut wurde, dann ergibt sich hier ein ganz anderes Bild, nämlich diese Informationen müssen den Redaktionen sehr viel schneller vorgelegen haben. Heißt im Klartext, hier wurden Dienstgeheimnisse verraten. Ob das nun passiert ist durch eine handelnde Person aus den Reihen des Bundesinnenministeriums, was bedeutet, dass das Bundesinnenministerium Maulwürfe hat, die die Bundesinnenministerin nicht unter Kontrolle hat, oder aber ob es sogar um amtlich durchgesteckte Informationen ging, weil man hier einen möglichst effektiven, orchestrierten Auftritt haben wollte, wie wir das ja auch schon erlebt haben bei den letzten Razzien, die ja gegen die Reichsbürger, also diesen Seniorenverbund geführt wurden, auch da kam es zu ähnlichen Situationen. Die Presse war schneller als das Sondereinsatzkommando. Also, Obacht an einer solchen Stelle, wenn ihr solche Informationen bekommt, hinterfragt mal, wie kann das sein, dass zu der Zeit diese Fotos schon gemacht wurden und dass die Texte so schnell draußen sind. Ja, meine lieben Freunde, kommen wir jetzt zur Frage nach der Rechtmäßigkeit, was da passiert ist. Und hier haben wir zwei Arten von Experten. Auf der einen Seite die Medienexperten, Leute wie wir, die seit Jahrzehnten im Bereich der Medien tätig sind und die einen großen Teil ihrer Existenz daraus ableiten, dass wir nach Artikel 5 unseres Grundgesetzes die Presse- und Medienfreiheit haben und dass wir hier auch zum Ausdruck bringen können, was immer wir wollen, solange wie wir uns in einem gewissen rechtlichen Rahmen bewegen. Und der ist sehr, sehr weit gefasst. Und was bedeutet das aber konkret im vorliegenden Fall? Sehr viele meiner Kollegen, selbst wenn sie ziemlich weit links verortet sind, haben ein ganz murmiges Gefühl, denn der moralische Kompass ist nicht bei allen versaut. Also einige meiner Kollegen, mit denen ich auch gestern gesprochen habe, die deutlich weiter links stehen, als ich das tue, dachten sich, was ist das für eine Welt, in der hier einfach Medien, die unangenehm sind, die mir nicht gefallen, deren Aussage ich nicht teile, verboten werden können. Denn der Reflex, der bei Medienvertretern dann sofort durchschlägt, ist, das könnte auch mein Medium sein. Denn schaut mal, dass so etwas auch rechtlich sehr, sehr schwer durchzusetzen ist, haben wir erlebt bei einigen türkischen Zeitungen, die man auch nicht so einfach verbieten konnte, weil sie sich auf Artikel 5 berufen haben, obwohl ihre Aussagen nicht unbedingt jedermanns Sache waren. Wir haben ja ein Rechtsempfinden. Wir glauben ja, es gibt richtig und es gibt falsch. Und hier kann man jetzt geteilter Meinung sein, wo man jetzt auch immer steht, ob das, was Kompakt da von sich gibt, sachlich richtig ist, ob es eine Meinung ist, die man kommunizieren muss, die man kommunizieren sollte, die man aber auch konsumieren sollte oder reflektieren sollte. Und an dieser Stelle ist es einfach eine Erweiterung des Angebotes. Das kann man mögen, das kann man ablehnen, aber es trägt zum politischen Diskurs bei. Auch wenn es hier rechts von dem ist, was man allgemein kommuniziert, findet, ist es noch lange nicht rechtlich verboten gewesen bis jetzt per Erlass und Dekret einer kleinen Gruppe, die das so empfindet. Nur ist man hier zum Beispiel bei Indymedia auf der linken Seite ein Portal, was dazu ausgerufen hat, Polizisten zu verletzen und Dinge in Brand zu setzen. Wir erinnern uns an den AfD-Bundesparteitag in Essen. Das ist dann auf einmal sakrosankt. Das darf man nicht anfassen, weil das ist ja links und links stehen die Richtigen. Und für Magazine der Antifa hat unsere Bundesinnenministerin in ihrer Vergangenheit ja selbst schon publiziert. Also hier wird mit zweierlei Maß gemessen, das ist das eine. Also die Journalisten haben damit ein Problem mit dem, was gestern passiert ist. Aber viel entscheidender, auch für das, was jetzt passieren wird, ist, was sagen denn Rechtsexperten, was sagen Juristen dazu? Und ein Verfassungsrechtler erster Güte, Rupert Scholz, ehemaliger Verteidigungsminister, hat dazu sich bei den Kollegen geäußert und gesagt, er geht davon aus, dass das, was gestern passiert ist, verfassungsrechtlich nicht hält. Dass also bei dem Gang, der nun ansteht vor das Bundesverfassungsgericht, ganz klar entschieden würde, dass das Ganze wieder einkassiert wird. Aber all das werden die Schritte aufklären, die nun folgen. Was für mich viel spannender ist, ist eure Meinung dazu. Was denkt ihr darüber? Das heißt also, Nancy Faeser auf der einen Seite, wie denkt ihr darüber? Was tut sie, was tut sie nicht? Was bedeutet für euch das Verbot von Kompakt? Und wie steht ihr dazu, dass das in Deutschland aktuell überhaupt möglich ist? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Nochmal, ich weise euch darauf hin, hier verlinkt ist nun die Abhandlung im rechtlichen Bereich. Denn neben dem ursprünglichen Empfinden, dass hier eine Meinung totgeschlagen werden soll, die nicht für alle nachvollziehbar ist, die das Spektrum der Meinungsbildung nach rechts erweitert, die eine Alternative im gesellschaftlichen Diskurs darstellt, dass die jetzt verboten werden soll per Erlass und Dekret, weil man sie als gefährlich erklärt. Und kurzerhand, es ist nur diese Erklärung, die dazu geführt hat, dass jetzt hier auch Werte einkassiert wurden und ein gesamtes Medienunternehmen erstmal kaltgestellt wurde und sich rechtlich wehren muss. Das ist das eine. Und das zweite ist, was denkt ihr, was sagt das über die aktuelle Situation in Deutschland aus? Schreibt es mir bitte in die Kommentare und denkt bitte daran, teilt diesen Beitrag und schaut euch im Nachfolgenden die rechtliche Grundlage an, um auch die Munition zu erhalten, die ihr vielleicht braucht, wenn ihr euch mit Freunden und Verwandten in die Diskussion über das Verbot von Kompakt begebt. Von meiner Seite wäre es das im ersten Anlauf gewesen. Schau von Now, euer Chris. BITAT. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.